ein Facecam zu aktivieren, Mist. Boah, so groß wollte ich es jetzt auch nicht haben. Na. Und ein Kreis, danke. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, hier wieder Quizolino. Wir, diesen Kanal, also erstmal, diesen Kanal würde ich sehr empfehlen, für die gerne Quizzes machen. Quizolino, geiler Kanal zum Quizze machen. Wenn wir jetzt auch auf das mal aufgucken. Und, ja, heute wären wir mal auf ein paar, heute wären wir mal Europa-Quiz. Kannst du diese europäischen Länder am Umriss erkennen? Na, Deutschland und Frankreich und Österreich kannst du auf jeden Fall erkennen. Kannst du diese für nichts mehr in ihrem Umriss mehr erkennen? Jo, jede Aufgabe hast du 10 Sekunden Zeit erwähnt. Und folgt die Aufregung Nummer 1. Oh Gott. Ich glaube, das ist Spanien. Spanien. Spanien, wenn wir in der Insel hier, die Mallorca und so. Und da hätte ich ja vorgegangen. Das ist die Schweiz. Das sieht aus, komisch, ne? Aus dem Elephant, der Mund aufhört. Ne, das sieht aus, wie der Mund aufhört. Keine Ahnung. Aus dem Elephant, keine Ahnung. Frankreich, ne Insel. Frankreich, ne Insel. Das ist Frankreich, Volkstand, ganz genau. Frankreich, ah, ist richtig. Ah, ganz genau. Boah, Alter. Ich glaube, das ist Unikan. Können wir aber nicht zwischen. Ich glaube, ich bin kaputt, es ist Unikan. Ich bin nie bei so gefühlt. Boah, Alter. Boah, Alter. Er hat es dausend gehabt, ich denke. Boah, Widerlande glaube ich nicht. Bailen ist klein, ist auch zu so groß. Und Bailen ist es so groß, ne? Bailen? So groß? Ne, ich bin größer geworden. Das ist ein Scheichel. Ne, 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 das ist Ukraine. Ukraine. So viel? Ja, stimmt. Oh, ich glaube, ich wollte gleich eine Spare verdienen. Finnland. Ja, 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 aber eben so in dem, also in dem, also in dem, in Finnland. Nr. 8 Das ist Italien, 100% der Stiefel. Der Stiefel ist das, der italienische Stiefel. Italien Das ist Luxemburg, oder? Das ist Luxemburg, weiß ich nicht. Boah, Alter, ich habe mir gedacht, ich habe mich angegriffen. Ah, man kommt hier deutschland. In Norwegen, ja. In Schreden, ja. Das ist in Norwegen, oder? Das ist in Norwegen. Aber ich dachte Gott, jetzt. Das war jetzt für 13 Tage. Ich bin jetzt bis nach den Norwegen. Aber das ist in Niederlande, oder? Oder in Litau? Wie? Niederlande sla Niederlande Kliebe Deutschland in Wien 思land in Wien Island, Estland Oder en ecke Estland Esland ist kein Israel Also esland ist keine Insel Esland ist zu groß natürlich Wann komm Deutschland? Das ist Polen, sieht aus wie ein Fleck jetzt, sieht aus wie ein großer Fleck. Das ist Polen, einhundertprozentig. Was? Das ist Island. Und wo ist Deutschland gewesen? Wo ist Deutschland gewesen? Wo ist Deutschland gewesen? Wo ist Deutschland gewesen? Und nachher werden sie da auch von Red Bulls vertreten. Obwohl sie in den Kommentaren wissen nicht, dann schreib ich doch nicht auf die Frage. Mach ich doch auf die Frage, wenn du willst. Das mach ich gerne. Warte. Mann, was ist denn das hier? Wieso YouTube hat eine Website aufgemacht? Irgendeine fremde Website, keine Ahnung. Ich lass gerne ein Like da, ein Dislike las ich nicht da. Das ist gut. Und wenn euch das Video gefallen hat und öfter so eine Quiz-Videos hochladen soll, dann lasst es mir in den Kommentaren wissen. Schreibt es mir in die Kommentare, auf was ich für Videos reagieren soll. Oder was ich für Quizzes machen soll. Und, 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 und. Und, dieses Jahr werde ich sowieso nicht auf eure Wünsche eingehen. Ich glaube eher nächstes Jahr erst. Aber dann werde ich das sowieso erst nächstes Jahr hochladen. Weil, nee, dieses Jahr werde ich nur alle Korbprodukte zu werden. Und das war's. Und natürlich das Silvester-Video zum Jahresübergang. Das werde ich natürlich auch nicht faken. So, Nebiton, haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Video.